Chinas Botschafter in Frankreich hat mit dem Infragestellen der Souveränität ehemaliger Sowjetrepubliken wie der Ukraine in Europa Verärgerung ausgelöst. Botschafter Louis Schey sagte, dass die Krim historisch gesehen zu Russland gehöre und dass die ehemaligen Sowjetrepubliken keinen Status im internationalen Recht hätten. Die baltischen Staaten sowie der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell verurteilten die Äußerung. Die ukrainische Regierung sprach von einer absurden Version der Geschichte der Krim. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr weltabonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.